jo leute was geht willkommen zurück zu alter schwede level 110 bin ich schon kommen zurück zu dark soul 210 das ist hoch das ist hoch ok level 110 ich habe keine ahnung wo wir stehen geblieben sind schwer zwei tage her ich habe gerade random ok hier oder hier oder ich glaube hier bin ich stehen geblieben nobu danke dir für den sub mein bester vielen vielen dank im fünften hast bald ein halbes jahr voll omg schreibt ja hier sind wir stehen geblieben oder nobu du weißt das doch eher als ich bin ich hier stehen geblieben ich mein schauen oder ich bin grün guck mal da geht das so ein bisschen runter und ich werde immer noch weiter vergiftet haben die das hier eingeführt das war doch ein tagsholz nicht so ich bin grün ich bin ganz grün ich bin halt geil das ist eine kleinigkeit die ich gar nicht so auf dem schirm hatte das haben die hier eingeführt und dann einen ellenring übernommen cool kein wuner dass du graue haare bekommst so die genau die truller und ich kann jetzt hier weitergehen 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 ich würde kurz warten bis mein gift weg ist ich war hier überall ich war beim händler du machst dich bitte weg oh die geben scherben das ist ja cool kurz warten bis das gift bisschen weg ist wo ich mir einfach kopf ich mir einfach ein giftiges moos scheiß drauf jetzt ehrlich scheiß drauf so und hier ging es jetzt weiter naja genau ich erinnere mich das war die windmühlen auch du kacke auch die windmühlen die der dingsbums meinte ne der scobble ok ok ich geh erstmal hier hoch nobu wie geht es dir denn du warst da oder bist krank geht es dir was besser ich glaube was er meinte er meinte irgendwas mit windmühlen er meinte hä wo geht es dir mal zu den windmühlen so durch schieße dich erstmal in den kopf ey das sind frauen die muss ich mir vom nahen angucken ahja ey man bei dark sword kann man die umdrehen das fehlt mir kommt der jetzt wie findest du die nobu im kopf coole gegner bisher mein lieblingsgebiet übrigens wenn die klickzahlen bis zum ende des games auf youtube so bleiben wie bisher dann spielen wir auch noch das dlc also wenn ihr das jetzt gerade auf youtube oah kommen ja mehrere ok die gefallen mir nicht so wenn ihr das gerade auf youtube seht schickt sie an eure freunde umso mehr klicks umso eher spiel ich auch den dlc bubi amor ja gefällt uns tut uns gefallen du meinst die drei dlcs ey ich hab zwei oder drei kommentare haben auf dem dlc video geschrieben ich will ja nicht klug scheißen aber es waren drei dlcs bei darksworld 2 ja sorry scusi moin amerelli amerelli wir nehmen eine folge darksworld 2 auf dann spielen wir banjo ok sagen wir so um 16 uhr um 16 uhr banjo nein nicht abhauen ich brauche euch ja den anderen brauche ich auch den anderen den anderen wo ist der andere ach nö mann kein glitzer titanit ich kotze respawn die wie geht es dir heute also ich habe nicht mehr diese ähm attacken wie gestern das ist schon mal gut ja direkt nochmal ich brauche glitzer titanit ich habe nicht mehr diese ähm nein 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 diese diese blutdruck attacken wie gestern gestern war wirklich so dass ich immer so mal ganz kurz so einen schub hatte du ja den anderen nein der andere fällt runter mann die geben keinen glitzer titanit ich kotze was für attacken ich hatte gestern äh ähm niedrigen blutdruck da bin ich immer kurz mal so ein bisschen weggesackt also mini also so so mini sekunden das mal ganz kurz so wie so aufschluck auf und äh das ist heute zum glück also bisher erst mal weg aber ich war eben auch schon Fahrrad fahren und unterwegs von wo wirft die wo ist hier unsere waifu von wo kommt das kommt ja von da irgendwo na wo schießt du ah komik ach wie er nicht sägert scheiße ja aber das ist heute besser denke ich ich werde euch auf jeden fall auf dem laufenden halten falls das gleich nochmal kommt was hat der denn für einen riesenhammer der sieht ein bisschen aus wie smoke greift er auch an oder eher nicht so alter sind da unten items die ich haben will sag mal ganz ehrlich nobu what the fuck wo kommst du denn her ey das ist ein körper das ist der körper von dem einem oder von dem einen npc den wir gefunden haben der meinte irgendwo läuft sein körper ohne kopf rum er ist vergiftet als ob er mich trifft und dort ok gut zu wissen die dinger hier machen gift ich habe im moment zu hohen ok das sind männchen das sind männchen also hier unten gibt es was gutes oh gott ich weiß nicht ob ich hier glauben soll schon wieder der typ digga du vergiftest dich selber guck mal wieviel sich das gift abzieht du hast dich einfach selber umgebracht tschaui ah da war ich eben ok jürgenspitze na komm greif doch mal an als ob er mich trifft mit dem gift das sind männchen gift ist gut im dag so ja merke ich schon übel schaden gefällt mir also wenn ich mal selber gift spielen würde hier würde es auf jeden Fall Sinn machen also ich bin hier ein bisschen überfordert hier gibt es zu viele verschiedene Wege die ohne Kopf sind männchen ja 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 genau die ohne Kopf ach da gibt es mehrere von ich dachte es wäre der kopflose von dem Typen den wir gesehen haben alter Schwede das zieht aber gut was ab wie denkt die da immer von dir wieso kann der sowas ich will das auch können also Pfeil und Bogen ist ja komplett OP ne also Pfeil und Bogen ist wirklich komplett gestört stark da kannst du dir sogar einen Bogenrun machen hier war noch irgendwo einer ich habe ja eben gesehen also hier unten soll es was Gutes geben dann gehen wir mal hier in die Suppe rein Nitscherbe oh Nodashi okay das ist geil und vergiftet perfekt nur gucken wie man hier aus dem Scheiß wieder rauskommt kommt man hier wieder raus bitte sagt mir man kommt hier wieder raus ah da ist es da hinten komme ich wieder raus ne Scholle gibt auch viele Schollen hier ne hä wie komme ich denn da rein reihe ich doch jetzt mit dem Feuer kommt mir hinterher nur Dashi ist cool die Bogenzettel an den anderen Spielen verkackt ja okay ich verstehe langsam wieso manche Dark Souls 2 also die Vorzüge von Dark Souls 2 tatsächlich abgesehen von den ganz offensichtlichen Schwächen hat es halt tatsächlich auch Stärken Gift ist gut hier oh äh Gift Gift ist hier gut äh Bogen sind hier Bögen sind hier gut finde ich auch cool finde ich early aber nicht schon wieder hier runter fallen oh ist da ein Boss Fashion Souls ist hier der Wahnsinn ne Farkel ja ich hab es gibt diese Clowns äh Dinger ne Habsucht Dämon aha älter der sieht aus wie ein Jabber die haben Jabber gefunden Leute den Juden alten Jabber der gar nichts drauf hat vielleicht hat er doch was drauf was eigentlich wenn ich die Treppe hochgehe und den Arm einfach die ganze Zeit mit Pfeil und Bogen abschieße das gefällt ihm doch bestimmt oder ich glaub's mach ich einfach weil's witzig ist ach man kommt hier nicht hoch doch kommt man ich kotz ich kotz wie aus dem Gesicht geschnitten was auf einmal ist ein Fisch ein Fisch mit ner Zunge und da ist ein toter Fisch hallo so kam ich hier hoch oder war oder was ist hier los so kam ich hier hochgehe so kam ich hier hochgehe das gute ist der super easy 3000 Jahre später äh ja der Boss war echt easy oh guck mal hier Backfeuer geh mal kurz level Postdancing ist ja einfach nur geil ja ich bin der Oldschooler mit Schild und Schwert ich mag mein Schild ja ich tu mein Schild mögen ah den Knochenstaub verbrennen genau gute Idee gute gute Idee ey es fuckt mich ab dass ich kein Glitzer-Titanit hab und kein fossiler Drachenstein ist und ich brauch mal einen neuen Helm einen besseren Helm also einen geilen Helm Dele meinte du findest hier bald einen besseren Helm tut's auch Nobu das tut's auch hier war ich ne oh du wissen sollst welchen er meint ich dachte ihr seid so connected ein bisschen auch em und ich is so ich glaube c ja ag Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aha, ich ziehe nochmal. Was passiert da für jetzt? Der Topf ging nach oben. Oh, was soll ich los bringen? Hahaha. Sich hinter der Truhe versteckt. Pieker. Der Topf ging nach oben. Ah, guck mal, hier ist eine Leiter. Ah. Alter, was ist das für ein krass... Da sind mehrere. Hallo. 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 Schwarz-Ill was, Pia? Schwarz-Ill was, Pia? Schroger, Buss? Schroger, Buss? Schroger, Buss! Schroger, Buss! So blöd? Ja, ist ein Boss. Erneut. Ey, lass mich doch! Ach Gott, ja. Also die eine ringsgale, das ist aber echt scheiße. Was ist da? Ich würde da gerne mal wieder Weibchen sehen, anstatt diese Männchen. Weibchen fand ich besser. Der Boss aller Leuchtfeuer. Ich würde da gerne mal wieder. Aha! Hallöchen! Mann, die ist ja schon fast zu schade zum Abschießen. Okay, der hier hinten war zu hart bei du. Pinwheel oder was? Boss aller Leuchtfeuer würde ich sagen Pinwheel. Mit was anderes kann ich dich damit anfangen, was du mir da sagst. Will ich hier runter? Ich glaube, ja. Mann! Nein! Habe ich nicht getroffen, alles gut. Das hat ja nicht so viel gebracht jetzt hier. Also muss ich in den Boss rein. Oh, wo ist eigentlich mein Kollege? Blutung! Obnissio! 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 Er hat überlebt. Da hat er mit 1 KP überlebt. Wo bin ich denn da ran? Ah, kann die Dinger kaputt machen. Einfallspinsel gewürzt. Soll ich denn einen Boss eigentlich besiegen? Das ist ein Leuchtfeuer. Ein Leuchtfeuer? Ein Leuchtfeuer als Boss. Hier ist schon wieder so ein komischer Schalter. Die droppen das beste Deckspiel im Spiel. Das habe ich ja schon, das Schwert. Du meinst das Schwert, der Mensch? Oh, 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 oh. Mirage Shield. Ey, 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 warte. Panikloos wieder am Start, ja. Er war nie weg. Hä? Boah, den habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Hier ist doch alles so verwinkelt. Hier war ich doch eben schon, hä? Ach, guck mal, er hängt da fest. Oh, guck mal, können wir jetzt endlich mal in den Nahkampf gehen? Hey, hallöchen. Hallöchen, Pupuchen. wappenring lauender drache verlängert zauberfakte cool ich spring doch darunter der dummkopf traut sich nicht ist doch nix hier war ich eben hier war ich eben da unten ist die tür wer bist du denn wer bist du was kann der was kann der ring nicht ganz genau aufgepasst wie der heißt gegen berlin und schaden mach dein schild weg schieße ich hier den fuß ins knie schon wieder eine falle ne keine falle großer schwerer seelenfall aha wo komm ich denn jetzt da rüber boah ich fühl mich hier wie in wer ist das nochmal bei dark souls wenn man nach arna rondo kommt schüchterne ray kennen wir doch den kennen wir doch oh noch eine kollege hallöchen schuss 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 Ich bin ein Fugiter. Ich bin ein Fugiter. Ich bin ein Fugiter. Ja. Warum? Es hat Death. Du willst aufzunehmen? Ich kann das. Aber... Warum? Ich versuche es. Hast du keine Gratitude? Ich bin ein Fugiter. Ich bin ein Fugiter. Alles klar. Wir brauchen keine Typen. Schreiben wir eh nichts. Ich muss den Partetypen da nochmal an... Quatschen. Ja, mache ich. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall erstmal eine Leiter. Was auch immer die bringt. Dann gehen wir gleich nochmal lang. Dann gehe ich erstmal nochmal zu dem Kollegen. Gehen wir nochmal kurz zu dem Kollegen. Gucken, ob ich das nochmal auf Anhieb finde. Irgendwie hier. Hier hoch. Glaub ich. Hier links. Hier? Hier ist er, ne? Ja, ja, hier ist er. Hier? Hier ist er, ne? Ja, ja, hier ist er. Okay. Angesprochen. Das war bestimmt wichtig. Das war ja sicherlich ganz, ganz wichtig. So. 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 Das ist jetzt hier für eine komische Leiter. Ach. Was braucht ihr denn jetzt? Geste lernen. Kniefall. Was hast du denn so? Messer. Oma schlägt. Leiter-Miniaturen. Oh, ne. Da bin ich in der Leiter. Der Leiter-Typ. Ja. Man kennt ihn. Gucken wir denn dahin. Ah. Blitzerndes Titanit. Ich küsse euer Herz. Oh. Mal schauen, ob ich jetzt ein Set bekommen. Set hätte ich eh nicht benutzt. Obwohl, ich habe doch einen neuen Helm, ne? Oh. Maske der Männchen. Da sehe ich mich. Ah. Hier war doch... Ne. Da ist kein Boss. Ah. Ein Leuchtfeuer. Guck mal, wer da wieder ist. Die Scarlet. Die Scarlet Witch ist wieder am Start. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang, lang, lang? Die Leiter hoch? Der hat nur eine Leiter runter gemacht. Hat er auch eine Leiter hoch gemacht? Er hat doch nur die Leiter hier runter gemacht. Hier ist keine Leiter hoch. Die andere Leiter im Raum davor. Ah. Hier ist der Leiter. Na ja, easy, wusste ich. Ich weiß ganz genau, wo ich bin. Ich weiß ganz genau Bescheid. Wer bist du denn? Ich bin vergiftet. Aha. Hallöchen. Aua. Als ob sie runter springt. Wieso ist immer alles mit Gift? Komm mal her. Lass sie doch. Die vergiften. Ach man, Scarlet. Ey, vergiften die nicht? Doch, vergiften. Tschööö. Die killen sich selber, Scarlet. Es gibt noch andere Richtung, was da wohl ein Frischingerot war. Ich glaube auch. So, ihr verarsche. Ey, da ist irgendwas im Wasser. Alles klar. Ach nö. Kill den mal. Was gar nicht. Habt ihr vorhin einen Hinweis gegeben? Ich brauch Beli Wo ist Beli? Nein, 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 nein Nein, 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 nein Lass mich los, lass mich los, lass mich los das ding ist vergiftet lass es einfach sterben ich dachte hier gibt es keine bbx oh gott es kommt hier hoch oh gott oh gott oh gott arbeitshagen finsterstulpen soll ich den hier benutzen das waren locker 15 mal nein soll ich das hier benutzen ja ok wie soll ich das benutzen das giftet nur toll jetzt sind faros weg gift ich bin komplett vergiftet ich bin komplett grün ich bin wieder der halk ich renne schnell zum beleuchten oder ich habe nur viermal gift ich laufe schnell hier durch die gift lache war das noch mal hier war das ich bin schon längst vergiftet das hole ich mal schnell einsetzen ach ist hier im boss wieso bin ich eigentlich immer noch so voll mit gift obwohl ich das gift ding eingesetzt habe Delulg. Sollst du das ja nutzen. Ach, den schaffe ich schon, oder? Das schaffe ich. Easy peasy. Mytha, die Unheil gönnen. Hier ist Gift! Ach, nö. Uuuuuh. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuuh. Uuuuh. Das war die Achillesferse! Das war die Achillesferse! Das war die Achillesferse! Leuchtfeuer! 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 Ach! Gibt es weg! Leuchtfeuer! Ich habe alles, was ich hatte, eingesetzt! Leuchtfeuer! Leuchtfeuer! Ich bin echt durch puren Dusel! Digga! Alles First-Try! Jeder Boss bisher First-Try! Die Tode sind auch nicht eingeblendet! Sekunde! Lass mal ändern! 31 Tode! Mehr wird dann nicht mehr zukommen! Ich brauche jetzt Eisenschloss! Bitte ein Leuchtfeuer! Bitte! Ja! Zumindest du ordentlich gezittert! Lass mich! Lass mich! Ihr seid gemein! Ich spiele das doch hier super runter! Findet ihr nicht? Ich spiele das doch hier wie ein Profi! Wieso habe ich eigentlich keine Scherben mehr? Ich habe nur 5 Estos! Höh! Bam! 4! 4! Wo soll ich denn 4 herbekommen? Maskele-Männchen ist natürlich ziemlich scheiße, ne? Die Frage ist, nehme ich die weiter! Partes! Guck mal, hier habe ich doch die Partes-Sachen! Meinst du die nicht? Hier habe ich doch die Partes-Sachen! Da will erst mal die Rose! Ich brauche nochmal ein paar Lehmsteine! Ist hier jetzt nicht auch der andere Händler? Der Zwerg? Irgendwo? Oder ist er immer noch im Giftgebiet? Hallo Frau Tagtraum! Ja, ich muss hier ein bisschen einkaufen! Dann können wir auch die Folge beenden! Und in der nächsten Folge geht es dann weiter! 450? Das ist ja nichts! Nein! Und jetzt? Das ist ja nichts! Dann würde ich sagen, machen wir weiter in der nächsten Folge! Ich gucke mal ganz kurz, bevor ich es wieder vergesse, wo ich hin muss. Hier, Eisenschloss. Es ist dann wahrscheinlich das letzte, ne? Das letzte Gebiet, Eisenschloss, werden wir in der nächsten Folge machen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Like auf dem Video da, lasst uns zum nächsten Mal rein.